ja hier willkommen mein name ist an die wahl b und ich begrüße euch zurück zu let's play tells of the serie in der letzten folge haben wir es erreicht weil wegen gründe genau zum l punkt warum verkehrt sich immer sieht man nicht leider okay ja ich kann nur ein gericht kochen ich kann expedition erst mal immer ja in ordnung und soweit alles weil es schon wieder eine weile her seit ich aufgenommen habe ich habe nicht geplant heute details of the serie aufzunehmen ich habe eigentlich mich heute auf kingdom hearts ein bisschen so eingestellt aber nicht ja ich habe heute eigentlich mehr mich so ein bisschen auf kingdom hearts eingestellt ging mal 0.2 beruf weiss lieb aber ja nach 20 minuten habe ich den final boss erreicht also war es das mit der längere aufnahme session und ja ich möchte mal ja das sieht nicht richtig aus deswegen nehme ich jetzt mit serie auf so ein paar folgen ausgehen habe ich nichts gemacht ich wollte wen wollte ich hier noch mal war irgendwas wollte ich immer nachgucken war welt 129 ihn hat ich glaube schon weil sie mal wichtig möchte ich den irgendwie ja den titel jahr hochladen kann marco auch schon 150 sie waren noch nicht ja sie war noch nicht ja wie sowieso oder 38 also mit ihr rum weil heller w ist und diese eine exorzisten ist ja irgendwie weg vom fenster hier habe ich gehört und soll irgendwie ersetzt werden wird nach drehen immer noch immer noch darüber aber gar nichts mehr angestellt weiß er denn noch überhaupt da quillard waren die versucht wahrscheinlich zu verfolgen deswegen ist ihr weg es ist es es Hela-B-Sawa? Ich glaube, es ist die Situation sehr verändert. Ich würde mich überprüfen und wissen, was ich. Ja, genau. Vor allem, die Städte und die Westen. Und dann, die Medisa, die Frau. Ich weiß, dass die Westen der Westen ein bisschen was. Aber warum ist die Medisa? Es ist ein Kahn. Es ist ein Kahn. so wie kann man sich in gefahr gemacht uns geht verdorben so wie kann man sich in den letzten Jahren Wir haben dutzende Leben ruiniert. Super. Es gibt viele Leute zu ihnen, und die Leute zu ihnen verlassen, die sich sehr einfach zu sehen. Die Huhne sind die Männer nicht verabschieden. Aber es gibt auch viele Leute hier, dass das Wurrisch verabschiedet wird, die Anbabel zu verabschieden. Anbabel zu nehmen und zu verabschieden, die sichen, und es verabschieden, und die Wasser zu verabschieden. Das stimmt. Das ist vielleicht nicht so. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Stadt nicht gesagt habe, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht sagen würde, dass ich mich nicht sagen würde. Das ist so, was ich. Oh, ich habe gesagt, Leifesetter. Ich bin auch... Ich bin auch... Das ist gut. Oh, geil. Riesentittenfischer. Doppelt so schlimm ist Unheil. Es wird wieder einer dieser Anfänge, heute. Oh, warte mal, what? Stimmt. Oh Gott, wir tun die ganze Menschheit hier töten. Das Spiel jetzt zum Happy Ending geführt. Ich habe ja so meine Bedenken. Um eine Person zu retten oder um eine Person zu töten, tut man wortwörtlich voll viele Leben ja auslöschen. Das ist nicht gerade sehr heldenhaft. Ich möchte es nur mal wieder anmerken, was du hin zu sagen. Ich habe die Feuersteine gefunden, die verkaufen wir jetzt an Evolis. Ich habe die Feuersteine gefunden. Ich habe die Feuersteine gefunden. Aber das ist nicht so, was wir nicht nachdenken, ist es nicht das Problem, dass wir nicht in Ordnung sind. Es war nicht so, was ich nicht in Ordnung. Es war nicht so, wie es auch, was wir auch im Ordnung? Es war nicht so, dass wir uns alle zusammenhängen. Ja, da kommt wieder ein Dämon, macht alles kaputt Oje, oje, wat? Also ich tue einige Biete irgendwie in 10-minütigen Abständen hier abgehen und die Truhen tun sich wieder aufhören, aber Weiß ich nicht, wann war ich das letzte Mal hier in Hellawes, vor 50 Stunden oder irgendwie so und die Truhen sind immer noch nicht aufgeführt, was ist das denn? Wer ist das denn für eine Logik? Warte, warum muss ich hier nicht noch irgendjemand aufführen mit Maguilo? Da war doch noch irgendwas, ja Ja, guck dir an, da warum ist die Truhe? Warte mal, Lagerhaus, stimmt ja, da ist ja eine ganze Stadt noch, schon so lange her, okay, lasst mich Ja, auch Neutralen wieder, boah, wo ist das? Ja, hier ist, ne, da war beichten Schade Ich glaube, mit Eleanor haben wir noch nicht gebeichtet, da müssen wir schon mit jedem Charakter irgendwann machen Und ich glaube, fast jeder Charakter war schon einmal dran Aber Eleanor und ich letztes Mal war Luffy Set Reisen war schon mal Maguilo Wer wird Roku Ja, ich glaube nur noch Eleanor fällt So, gib mir unnötige Informationen, Frau Oh, lass mich raten, ich glaube, ich weiß, welches Mädchen sich verweinelt hat Bestimmt dieses eine Mädchen hat uns mal einen Apfel gegeben hat, vor ganz langer Zeit Hier wollen wir mal wetten, wir tun da solche Charaktere nicht sonst irgendwie vorstellen Was kann, war das, dieses eine Dorf? Ne, ne, war nicht dieses eine Dorf, oder? Oh, come on, hier geholt haben Was geht das ist ja derion Die Saterion, oder? Okay, wo ist das Gasthaus? Oh, da ist so ein Ding in mir zum Surfen. Seid ihr oben? Ich glaube, da ist oben, ne? Oh, warte ich jetzt auch noch was. Hi! ... noch nicht noch nicht auf dem wort gesehen ist ja irgendwo hier war der leiter glaube ich irgendwo hier nicht hier vielleicht haben sie es auch entfernt irgendwie weil ich erst hier die sterne uns abgeben muss oder so ne natürlich sein oder ich bin einfach nur berlin aber wir gehen von mir aus aber irgendwie da oben oder doch mein gear board surfen das falls zu weg und so da ist ja oben da ist der baum weiß man sich daran irgendwie ein baum sein soll aber über die dächer der stadt surfe ich mit meinem geobort wie ein betrunkener elch hast du aber ja am schneiden ist okay ich bin ja umsonsten gelaufen oder ja das ist dann ich war selbst okay wenn ich runter springen ehrlich das kann ich mit dem geobort hier ja mit geobort hier durch die gegend surfen also auch geil so machen wir es die sternchen event sein muss was gehen war man ja schon mal klar aus wird Was ist das für ein Name? Warum trau sich das nicht den ins gesicht zu sagen oder so muss ich hier auftreten Wenn man nur ein bisschen stand-up comedy Ich will eisen auf die bühne sehen Was ist das für ein Name? Was ist das für ein Name? Was ist das für ein Name? Wie war denn wenn du sowas von geschickt? Es zeigt, ob sie unter ihren Büchern hat, mit Büchern meine ich rock und jetzt soweit Ja... Oh, ich habe einen Monomane gemacht. Monomane? Das ist jetzt nur eine Katastrophe, oder? Ja, das ist jetzt eine Katastrophe. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Pff. Soll ich noch mal in japanischen Animes und so? Ja. Wenn alles ein gut ist! Das war doch auch gut. was du zu sagen damit aber dieses stand-up kommen die auch ich will eisen auf dem eisen auf der bühne das muss passieren ich habe jetzt gerade erst mal gelesen wieder heißt es ist der typ ob der ellenor nicht so viel hübscher ist da wieder so ein karten spiel gleich spielchen fähig weil es dann schon wieder fatzen fänger der heck ist es eine art und man spiel weil er vielfalt sie ist im gleichen gesichter machen wir mal zum holistisch aber das erfolgt der voll schwer ja 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 das ist nicht so einfach ich muss alle vier auf einmal ja ja das ist ja voll schwer ja halt Alter. Ich gehe noch nicht mal was dafür an. Willst du dich jetzt besser? Warum? Warum ist das ein Spiel? Ehrlich, warum existiert dieses Minispiel? Das ist gruselig. Ja, ist ein neuer Waffen oder Rüstungen? Hoffentlich sogar beides. Okay, äh, guck mal was hier noch ist, vielleicht gehe ich ja noch ein Kampf oder so in diesen Part rein. Nach dem Gasthaus, war ich im Gasthaus, ich war ich noch nicht, äh. Man sagte mir eigentlich alle das gleiche, ich meine, das ist die Hauptstory, aber trotzdem. Oh, oh. Oh. Ich habe einen Mann, der nicht zu verabschieden ist, aber ich habe ihn nicht zu verabschieden. eiskalt mit schlamm wetter da ist der therion das ist der therion was auch wenn es jemand so einfach ist das kann dann mit dem minaten oder die sie sich in der karte schnatterinchen nach wegen dingens skids oder das geht aber ja das geht ja stimmt schon hat da riechen 350 da gibt es ja 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 von feiern mehr passiert nicht aber manchmal gibt es da solche parts der part wird ja am montag hochgeladen hohes wahrscheinlich montag sind sowieso immer langweilig also tut mir leid euch Nein. Ich habe mich, dass ich den Herrn schweigge. Ich habe mich, dass ich das alles verletzte und das alles verletzte. Ich habe mich, dass ich das Verletzeige habe, und ich habe mich, dass ich das Verletzeige habe. Ich habe mich mit Selika zusammengebracht. Aber Selika, ich habe mich mit dem Verletzeige. Ja. Das war's für heute. Ich habe noch nicht gesprochen. Ja, genau. Ich habe den Rahmen bereitgestellt. Heute Abend habe ich viel Hüriboa. Aber ich habe noch einen Schrauch. Das ist sehr spannend. Ich werde mich schnell zurückkommen. Was ich wirklich richtig? Ich weiß es nicht alles, aber ich habe eine gute Sprache. Ja. weiß gar nicht mehr mit dem buch stand ja noch mal lesen noch ein ganz gelesen sagen dem buch drin stand mann weil er denkt überhaupt schon da meine expedition ja der peter will dass die expedition zurückkommt ok schneekohle es wachst du soll der typo in der maß wie besitzer weg zum mit auch die bühne sich in ihrem namen befindet seine anspielung stellt der herren kristin insel hey und es ist geformt wie eine katze ja ich sie gleich mal einschicken wer beteilt die mannschaft hat so macht dieses zu richtung aus irgendein grund nützlich glücklich wer kommt mit leeren händen zurück sind wir nicht mehr so weit entfernt von katzenberg stehen sie die ausschließlich auf persönliche eines katzenkreises betreten werden darf was okay habe ich sagen ich bin debattier gab es draußen und speichern wo so weit okay dann speichere ich hier und in der nächsten folge machen wir uns dann auf zu den ruinen von fall ist genau weil da ist ja unser potenzieller terri on dem war auf unsere seite haben möchten und ja gut in dem part nichts passiert was soll es ich glaube ich trotzdem fürs zuschauen hoffe euch hat aber gefallen wenn ja ein glas bitte ein like ein abo ein kommentar dann sehen wir uns in der nächsten folge schau